So, da bin ich wieder. Ich werde jetzt nur noch eine Folge aufnehmen, weil es doch ganz schön warm hier drin wird. Deswegen werde ich jetzt noch eine Folge aufnehmen. Neuralgie, Brüche, Sodbrennen, Verunkel, Skrofulose und sogar Skorbut. Und dann werde ich eine Aufnahme-Pause machen. Ja, die müssen wir jetzt gar nicht spielen. Ich schau mal eher nach so. Was ist denn hier überhaupt? Die Leben zurückbringen. Okay. Zack. Da, Mann. Aha, okay. 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 Ja, komm doch mal rum. Schau doch mal. Was ist denn da? Hm? Was ist denn da? Schau doch mal. Zack. Oh, was ist mit der Ollen? Die gut erledigen. Oh, schön, ne? Was? Wir beide machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Was? Was ist denn dich gefahren? Hat Miss Swinburne dich geschickt? Leise. Beruhigen Sie sich. Miss Swinburne, Jochen, kenne ich nicht. Nun ja, Ihre Arbeitsweise macht eine ganze Menge Leute krank, Mr. Chase. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Man bezahlt mich nach Kisten, nicht nach Stunden. Aber die Temse mit Chemieabfällen zu verschmutzen, ist auch keine Lösung. Gewiss nicht. Oh, rein. Da. Ich hab'n Auftrag für dich. Wenn du mich wirklich willst. Evi, gib mir ein Zeichen und ich unterstütze dich. Ah, jetzt werden wir gefahren. Schön. Komm schon, alte Stute. Vorwärts, Mädchen. Wo fahren wir denn hin? Sollst du denn abliefern, du Hunde? Holen wir da nix. Fahren wir in die falsche Richtung. Ich dachte, der fährt uns jetzt abliefern, aber nee. Huch Gott, das war wohl nix so. Oh. Ich schicke einen Polizeiarzt los, um den Schaden zu begutachten. Der ist. Diesbezüglich ist mir nicht bekannt. Blatt. Ach, hier. Temse. Nee. Wett. Temse? Ist doch hier. Dieses Gebiet ist doch nicht. Temse. Naja. Da ist es auch nochmal Kopfgeldjagd. Und was ist hier? Lumber, please. Der Wolverheld-Umhang. Ist wahrscheinlich für den Jacob, ne? Den nehme ich auch mal wieder gerade. Komm, wir nehmen ihn jetzt auch mal mit dem Jacob. So, zack. Bei ihm schauen wir auch nochmal ganz kurz auf die Fähne. Fähigkeiten. Fünf Punkte. Okay, der kriegt auf jeden Fall auch das Adelauge. Drei. Was ist das? Ach, schleichen. Okay. mehr Cash oder schießen. Verteidigung 2. Und das. Oder... Ich glaube, macht bei ihm auch mal das da, ne? Weil das halt schon, ja, lohnenswert ist. Wenn wir ein Gebiet haben, wo wir jetzt nicht so einfach rauskommen, wie jetzt gerade oder vorher alle Gegner ledigen können. Halt, stopp. Nein, 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 nein. Da ist noch eine Blume unten. Die nehmen wir gerade noch mit, wenn wir jetzt eh gerade hier sind. Echt? War da was? Weiß jetzt nicht genau. Waren wir nicht schon auf einer Kirche drauf? Hat das nicht die... Nicht? Hm. Sehen ja alle so gleich aus. Na gut, dann können wir auch gleich mal synchronisieren. Schon wieder. Bei Nacht und im Dunkeln und... Bei Regen. Naja. Templerjagd. Hm. Was ist das also? Ach, das ist hier in dem Schlossgarten. Nein. 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 Wo ist denn der Todessprung? Da runter. Weg. Wupp. Martin Church. Ach, ist klar. Da sind noch zwei. Den müssen wir wegkriegen. Der Rest müsste gehen, wenn wir hier rausgehen. Mit uns tun. Ja. Wupp. Wupp. Ist er zu schützt? Wupp. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Mist, der wird mit der Kutsche erbauen. Nein, ich will ihn nicht töten. Das Ziel muss ich töten. Ach so. Ja, easy. Ich dachte, ich muss den entführen wegen hier, ne? Ich dachte, jetzt wäre es wieder so Kopfgeldjagd oder sowas. Das muss man doch wissen. Wo ist denn die scheißgoldene Chest? Ist die hier oben? Heißet den Eingringling auf! Oi! Ja. Ja, gut. Ja. Aber fast das Gebiet auch frei, ne? Wo ist denn die scheißgoldene Trubel? Nach unten. Hä? Aber da war ich doch. Da war doch, hä. Ach, da ist sie. Jetzt hat. Zuck. Blaustein, was ist das denn? Oh, geiles Lied. Cooles Lied. Kannte ich noch gar nicht. What? Hä? Gratis? Wie muss ich so schnell sterben? Weiß ich auch nicht, ne? Hm. Kann ich denen auch nicht helfen, ne? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Wo ist denn hier? Unser Zug. Was ist denn der Zug? Was ist denn der? Der Zug. Was ist denn der Zug? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, Zugversteck. Kann ich Schnellreisen machen? Ah, ist klar. Da gehen wir am Schluss der Folge nochmal hin. Wegen Dressor-Lehren, ne? Aber jetzt könnten wir eigentlich nochmal hier die Templer-Jagd machen. Hier. Weil dann sind wir in dem Gebiet fertig, ne? Dann haben wir das Gebiet, äh, bereinigt. Von den Blighters. Die Rucks haben die Macht, muaah. Da liegt Mut. Oh, Tag. Tag. Moin. 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 Alles gut. Ja, jo. Alles klar. Ah, ja, ja. Jo. Alles klar. Zack. So, ne Kiste. Schmeckt. Mmm. Wieder 300 Dollars. Ne Pfund. Pounds. Sind sie. 300 Pounds. Also, wenn man schon in den Kisten vorbeiläuft, dann kann man es auch mitnehmen. Schmeckt. Leder und Seide. Schön, schön, schön. So, hopp. Dann einmal da. Nein. Einmal da rüber, so. Da ist noch ein Händler. Zwei Wurfmesser. Sollte reichen. Da ist noch eine Kiste irgendwo. Hier. Da. Zack. Mmm. Schmeckt. 27,45. Ach, du Scheiße. Nicht mich anzupassen. Was sagst du? Oh Gott. I really appreciate you. Thanks. Das ist jetzt eine Kopfgeldjagd. Das ist keine Templerjagd. Das ist eine Kopfgeldjagd. Beide. Den kriege ich auch so. Das werde ich beenden. Den kann ich mir auch so holen. Zack. Wonderful. Ach du Scheiße. Ähm, ja gut, ne? Mal ganz kurz hier. Zack. Ziel Leben zurückbringen. Ja, gut, ne? Da ist ein Ziel. Eine Frau diesmal. Mildred Graves. 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 Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Ach, Alter. Scheiße, das trifft wir nicht. Das ist ein Mist. Nein, 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 nein. Was ist das? Was machst du da? Halt. Das. Maul. Lappe zu. Affe tot. Ganz einfach. Ei, ei, ei. Hoppelig hier. Auf geht's. Hehehe. Easy peasy. Aha. Aha. So, haben wir Lamper befreit, oder? Ne, he, he. Bandenkrieg verfügbar. Das machen wir noch in dieser Folge. Wir haben 2.19 Minuten auf der Uhr. Aber das kriegen wir noch hin. Scheiße, in welche Richtung müssen wir denn? Ach, du Kacke. Da ist Schnellreisepunkt. Ich kann hierhin Schnellreise machen. Halt. Schnellreise zu diesem Ort. Yup. Da machen wir noch den Bandenkrieg. Und dann ist, äh, erstmal Schluss für die Folge, weil, ja, es wird einfach zu warm hier drin. Es wird einfach zu warm. Ich kann nicht so lange aufnehmen. Das ist einfach... Es ist nicht mehr markiert. Mist. Dahin muss ich. Oh, da ist der Zug. Oh, Mist. Hm, guck mal, kutschen hier. Ei, ei, ei. Mhm. Don't do it again. Was war das denn gerade? Lob. Bandenkrieg. Ist der Cletus Strain und die Blythers haben die Rooks zu einem Bandenkrieg in Lambeth aufgefordert. Besiegen sie ihn, gehört der Bezirk ihnen. Achtung. Ist ein bisschen sadistisch. Hm. Stört mich nicht. Hm. Man, ich will doch nicht spielen. Stört mich nicht. Was war das denn für ein Film? Ich will eigentlich ausweichen. ich wollte es mal ausprobieren nein man Nein. Oh Gott. Konter. Ja. Oh. Nein. Oh. Shit. Nein. Dieses Ausweichsystem ist so für ein Müll, Alter. Ich drücke eh, ich spame, aber nichts passiert. Ja. Ja. Ist mir egal, wie lange die Folge wird. So eine Scheiße, ey. Ja, die Glott. Halt, die Gosch. Halt, doch mal dein dummes Maul. Aber ich glaube, so einen geilen Finisher wie gerade eben kriegen wir nicht mehr hin, oder? No. Halt, doch mal dein dummes Maul, du Affenkot. Scheiße. Zeck. Zeck. Jetzt reicht's aber hier, du Arschgeburt. Willkommen, bleib fahren. Willkommen. Meine Damen und Herren, wir sind Jakob und Evie frei und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns.